Ja, Pistol auch nicht. Wenn mich einer Pistol ist... Wir geben nur Bodies. Die geben nur Bodies. Ja, warum? Ja, Martin. Meistlich. Ja. Ja, ich bin früher einem auch. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, my bad. Wann wollt ihr denn? Wann wollt ihr denn? Da sein. 6 Uhr. Ja, ich... Ja. Ja, ich mach mich nicht fertig. Ich glaub, Standard. Alle. Ja, hier. Wenn du willst. Ah, danke. Danke. Oh. Oh. Ganz heißes Eis. Alter, was ist das denn für ein Hundesohn? Oh. 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 Mama. Wir gehen zu dritt auf einmal, was sind das für ein Muschel? Ey Jungs, wie ist das? Wie macht ihr das, wenn ihr keine Sekundärwaffe habt? Drückt ihr mit Q, Tab oder? Ja Das macht nur Lacken jetzt, weil die mich alle mit den Bodys runterhitten. Alter, die haben sowas von angemacht. Dieser Lucky gibt mir nicht recht, ich kann nicht snipen, der Standard-Sniper. Ja, jetzt reicht mir. Komm Leute, lasst mal hinten, die müssen kommen, wir können campen. Oh, danke. Ey, hast du Push, Mine? Lass die Push wieder hinlegen und lass die hinten bleiben. Ich kann da vorne gehen. Zaun! Alter, die sind doch blau, warum machst du mir so vor? Ja, da ist sie dabei. Komm nach hier. Ja, warte. Oh! 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 Heimlich! Alle Läder! Ja, die sind doch 200! Lol, was macht der denn hier? Die sind beide bei mir unten. Ja, weil die abverfließen halt. Ja, weil die abverfließen halt. Copy that. Ey, was? Das ist eine Autoskarte oder? Wir sind eh keiner Hilfe, du spielst alleine. Ja, was? Ich glaube, dass die halt so 3 gegen 1 kommen, alter. Okay, ich bis zur letzten, wieso reicht es jetzt nur? Okay. Okay. Der kann mir doch gar kein Headshot geben. Es kann mir keinen geben in der Situation. Pisten sie jetzt einfach. Ich kann aber jetzt rein ohne Waffe, wo ich wechseln kann. Leute ich muss weg man, ich kann nicht mehr, alter ficken. Was? Ja. Was? Ja. Was? Was hast du gesagt? Ja ich muss nochmal gleich. Ich hab so keinen Bock auf Snipe Scheiss. Deswegen lass sie jetzt kurz Snipe Pistole. Ja. Ich muss das nur üben ohne Slot. Wenn jetzt soll einer von ihnen rausgehen. Das lebt der Play. Hab einen Body. Ich hab den beiden richtig krank gegeben. Alter. Lecko mio. Echt? Echt? Ne mal ich bin Stout. Hat einer Stout mit Dämpfer. Ey ich hab die grad richtig hart gegeben. Was? Wie soll ich jetzt kämpfen? Wie soll ich jetzt kämpfen? Was? Gib mal die Stout bitte. Was? Ja. Jawohl. Wie die hinten kämpfen, alter. Boah die Stout, alter. Boah, die ist detener. Er ist hit. Hahahaha. Hahaha. Nicht so. Nicht so. Einmal am Stehen gedreht. Hahaha. So, Auto-Snipe. Ja, ich hab mir vor kurzem jetzt angefangen. Snipen ohne... Ohne... Hier. Filt er einfach nicht. Ja, ich komm jetzt mit Auto-Snipe. 0-5, ey. Die snipen 3 gegen 2, diese kleinen Ruhe. Ja, jetzt reicht mir das. Jetzt naden sie auch noch, oder wie? Wieso Kaya losgestiegen ist? Easy. Easy. Okay. Noob-Clan. Deswegen habt ihr auch 10 mal verloren, Jungs. Deswegen haben wir 2 mal gegenreißig. Spielt uns 6-0-Clatch jeweils. Weil wir eben unklar sind. Ihr spielt zu zweit und gebt ihm fast. Ihr habt noch 96 der Rest. Ja! Ich hab! Ich hab! Ich hab! Ich hab! Ich bin aus! Bada-Bada! Jungs, huu!